Generell eigentlich sehr begeistert, also ich war von der Klinik sehr begeistert. Ich bin reingekommen und es war alles wirklich gleich modern, also viel besser als ich eigentlich erwartet hätte und sehr zufrieden gewesen mit der Klinik. Das Team selbst ist sehr angenehm, ist das Untereinander eigentlich sehr angenehm, sehr positiv, man fühlt sich wohl, es ist oft doch ein bisschen Spaß dabei, es ist wirklich ein sehr angenehmes Betriebsklima. Man merkt einfach, dass jeder seinen Job weiß, was er zu tun hat und somit hat das sehr gut funktioniert. Man fühlt sich einfach sehr wohl, also von Anfang bis zum Schluss vom Anreisen, vom Flughafen, vom Abholen, also ich habe einfach gewusst, okay, es funktioniert alles, man muss sich keine Gedanken machen, man wird abgeholt, man weiß sofort den Termin, man wird vom Hotel abgeholt, es ist jeder sehr freundlich, Behandlungsraum und also ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt und sowas habe ich eigentlich in Deutschland noch nicht so erlebt eigentlich, dass man Patient ist und aber trotzdem aber angenehm behandelt wird, ja. Jeden Bekannten wirklich sagen, dass sie, wenn mein Zahnersatz oder wenn irgendwas in die Zähne dann Denta Prime, weil ich so zufrieden bin, also es ist wirklich sehr zu empfehlen, ja.